Echt? Das ist super. Aber wenn wir jetzt in Deutschland wären zum Beispiel und wir täten uns heiraten und dann wären wir doch eine türkische Familie oder nicht? Halb deutsch, halb türkisch meinst du? Ja schon, aber verstehst du, dann bist du der türkische Mann und ich werde Frau, dann hätten wir ein türkisches Kind, das sieht man ja schon. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Elina arbeitet hier nicht mehr. Sie wurden verprügelt, ich hab das doch gehört. Ich hab das gehört. Ich hab das gehört. Ich hab das gehört.